Exkurs. Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag Auf dem Weg nach Amerika. Eiszeitliche Funde aus Unterwasserhöhlen. Von Professor Wolfgang Stinnesbeck. Gehalten am 31. Januar 2018 im Wissenschaftszentrum Bonn. Ich möchte mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie trotz dieses grottigen Wetters hier rübergekommen sind. Ich habe gehört, dass es Alternativen gegeben hätte. Eine wichtige Karnevalsveranstaltung. Also insofern herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Ich hätte es durchaus verstehen können, wenn Sie die Alternative gewählt hätten. Wahrscheinlich sind Sie aber hier, weil Sie an Mexiko, an schönes Wetter denken und so geht es mir halt auch. Ich fliege in der Woche wieder dahin und freue mich dann eben halt, dem hiesigen Winter entrinnen zu können und wieder ein angenehmeres Klima um mich zu haben. Sie haben hier gerade schon gehört, dass ich nach meiner Doktorarbeit, die ich übrigens über ein Thema in Chile gemacht habe, hier bei Heinrich Erben in der Paläontologie in Bonn, aufgrund meiner dort erworbenen Spanischkenntnisse in die engere Wahl kam für eine Stelle in Linares, in Nuevo León, im Nordost-Mexiko. Hier, mal sehen, ob ich da jetzt drauf zeigen kann. Ja genau, das ist also hier in dieser Gegend. Das war damals ein deutsch-mexikanisches Entwicklungshilfeprojekt und ich wurde also direkt nach meiner Doktorarbeit und einem Jahr, was ich dann in der Tat offiziell zumindest in Aachen zugebracht habe, aber doch im Wesentlichen hier gearbeitet habe in Bonn, wurde ich dann eben mit dem Aufbau einer Paläontologie an dieser neu gegründeten Fakultät für Erdwissenschaften in Linares berufen. Und das ist natürlich für einen frischgebackenen Doktor eine wunderschöne Aufgabe. Die Sierra Madre, die man hier so sieht, bei Monterey halt dann so von der Nord-Süd-Richtung in so eine Nord-West-Süd-Ost-Richtung umstreicht, die befand sich eben halt nur in 20 Kilometer Entfernung. Und was will ein Geologe halt Besseres, wenn man nachmittags noch Zeit hat, konnte man halt dann in die Sierra fahren und Geologie und Paläontologie machen. Und in Linares bin ich in der Tat zehn Jahre gewesen und war am Schluss sogar auf einer mexikanischen Dauerposition. Ich hätte also dort bleiben können, aber irgendwie, naja, man beginnt diese akademische Laufbahn, um irgendwann Professor in Deutschland zu werden. Und als dann wirklich das Angebot kam, da musste ich halt wirklich überlegen. Und so ein ausschlaggebender Punkt war dabei, dass meine Kinder, die in Mexiko geboren waren, noch nie in ihrem eigenen Land hier in Deutschland gelebt haben. Und da dachte ich, also das müssten sie tun. Und das war sicherlich für mich einer der Hauptbeweggründe, wieder zurückzukommen. War ein guter Schritt, aber eben halt nur deshalb gut, weil ich also drei, vier oder manchmal sogar fünfmal im Jahr nach Mexiko fahre und da weiterhin arbeite. Und ich kenne halt da von den verschiedensten Institutionen halt eine Menge Leute, mit denen man das eigentlich auch ganz ordentlich kann. Aus dieser Zeit in Linares, das ist übrigens das Institut, das älteste Gebäude in Nordost-Mexiko, aus dem 18. Jahrhundert, das ist eine alte Hacienda gewesen, die man dann aber in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, oder sogar Jahrtausends, enteignet hat und eben der Universität überschrieben hat. Da hatten wir sogar ein Schwimmbecken, weil man da kurz vorher ein Motel hatte errichten wollen. Das war eben halt hier meine Wirkungsstätte, aber man hat mich natürlich auch gerufen an verschiedene andere Städte und unter anderem bin ich nach Saltillo gekommen, habe da irgendwann mal einen Vortrag gehalten, Anfang der 90er Jahre. Und nach diesem Vortrag, da wurde ich dann in ein Restaurant gebeten und ganz durch Zufall kam dann der Gouverneur des Bundesstaates, Coahuila, wo Saltillo die Hauptstadt ist, und der fragte mich dann, was ich davon hielte, ein Naturkundemuseum, beziehungsweise ein Museum über Dinosaurier zu bauen. Und ich sagte also, das ist eigentlich keine so gute Idee. Man sollte das viel größer anlegen und man sollte doch dann eben halt diese wüstenhaften Ökosysteme in Nordost-Mexiko zum Zentrum nehmen und eben halt dann auf die lange Geschichte dieser Region eingehen, zu denen dann auch diese Dinosaurier, die in der Gegend gefunden waren, gehörten. Und das wurde in der Tat auch gemacht. Und dieses Museum, das gibt es also hier seit der Jahrtausendwende, ist mittlerweile das größte Naturkundemuseum in Mexiko. Und ich hatte das Vergnügen, dafür den Guion zu schreiben, also den wissenschaftlichen Plan. Und das habe ich damals gemacht, zusammen mit einem mexikanischen Studenten, der dann ein paar Jahre später zum Direktor dieses Museums ernannt wurde. Und das war natürlich eine super gute Konstellation. Und wir sind eben halt seit gut 20 Jahren Freunde. Wenn ich nach Mexiko fahre, dann bleibe ich bei ihm im Haus. Wir bekommen die beste logistische Unterstützung durch dieses Museum, die man sich so wünschen kann. Was immer eben halt von deren Seite möglich ist, das bekommen wir. Und da kann man halt sehr schön arbeiten hier. Wir arbeiten, haben große Projekte über die Dinosaurier, über Plattenkalken dort, über Klimasachen aus der Jura und aus der Kreidezeit. Aber der Arturo González, dieser Freund und jetzige Direktor, der hatte ein eigenes Projekt. Das ist der Arturo hier oben. Man sieht, das ist eine ganze Weile vergangen seit dieser Zeit. Also, ich schätze mal jetzt 15 Jahre her. Da sagte er Wolfgang, komm doch mal mit nach Yucatan. Und da arbeitete er damals schon über das Höhlensystem im Bundesstaat Quintana Roo, wo Cancun zugehört und Tulum zugehört, was wir nämlich an die meisten von Ihnen ja kennen. Und da tauchte er und fand also damals schon die ersten menschlichen Skelette, die ganz sicherlich kein Maya-Alter haben, sondern deutlich älter waren. Und da meinte er eben halt, also nicht nur komm mit, sondern kling dich doch in dieses Projekt ein. Und hier, das ist einer der Taucher, die jetzt seit 15 Jahren dabei ist, der Geronimo, der Javier, der macht so Fotodokumentationen. Carmen hier ist die Ex-Frau von Arturo, mit der wir aber auch immer noch zusammenarbeiten. Und also, es hat eine Weile gedauert, bis ich gesagt habe, okay, ich komme mal mit, ich gucke mir das an. Und es hat dann noch ein paar Jahre gedauert, bis ich mir entschlossen habe, da wirklich auch wissenschaftlich einzusteigen. Das ist für einen Paläontologen, der sich mit Jura- und Kreidesachen beschäftigt, also mit Dingen, die irgendwie 100 Millionen Jahre oder noch älter sind, ist es irgendwie zu jung, sich mit der Eiszeit zu beschäftigen oder sogar mit der Nacheiszeit. Aber Sie sehen ja hier, die Gegend, die hat einige Vorteile. Playa del Carmen kennt man vielleicht, sehr, sehr schöner, kleiner Badeort, sehr schöne Strände, wunderschön warmes Wasser. Also das ist schon mal ganz schön. Es gibt die Maya-Pyramiden, das wäre hier Koba. Und das kennen wir alle aus jedem Reiseführer. Das sind die Ruinen von Tulum. Und so im Hintergrund, diese weiße Linie, das ist das Riff. Und wenn man so paläontologisch tätig ist, dann interessieren einen selbstverständlich auch heutige Riffe. Das ist doch ganz klar. Und unter dieser ganzen Halbinsel befindet sich das ausgedehnteste Höhlensystem der Welt, was ja auch ganz interessant ist und eben halt auch sehr spektakulär ist. Und Arturo, der hatte eben halt damals schon vom Bodendenkmalsamt in Mexiko aus ein Projekt über diese Unterwasserhöhlen. Und Sie sehen, das Bild hier ist von 2003. Und man kann erkennen, dass eben halt für diese Arbeiten in den Unterwasserhöhlen eine ganze Menge an Equipment notwendig ist. Man taucht also nicht soeben mal darunter, wie man das vielleicht am Riff machen würde, sondern das ist sehr viel aufwendiger und auch gefährlicher, das zu tun. Denn dieses Höhlensystem, das ist wirklich labyrinthartig und eben halt über hunderte von Kilometern ausgedehnt. So, Sie sehen hier, das ist logistisch komplex, gefährlich und teuer, wie man sich vorstellen kann, wenn man eben halt so eine Organisation da aufbauen will. Und das sind ja nur die Geländearbeiten. Aber es lohnt sich. Das wäre hier unser kleines Team. Und man sieht, man kann eben halt dann nur reintauchen, wenn man eben halt Tauchpartner hat. Das sind dann immer Doppelflaschen. Man muss sich an die Lebenslinien halten, die man dann selber auch legt, um eben halt wieder zurück zum Ausgang zu kommen. Und trotzdem gibt es da immer wieder tödliche Unfälle dabei. Also das sollte man nicht verschweigen. Aber, wenn man das macht, ist das eine sehr interessante Sache. Man arbeitet zwar in der Nähe des Meeres, aber man bewegt sich im Urwald. Man sieht ab und zu auch Tiere da. Was man sicherlich sieht, sind Mücken, die einen zerstächen. Also, wenn man nicht am Strand ist, ist Yucatan nicht so freundlich, wie man sich das so vorstellt. Aber es ist alles irgendwie machbar. Und dann kann man eben halt in diesen Wasserlöchern, die einfach Dolinen darstellen, von denen aus sich dann dieses Höhlensystem horizontal erstreckt, da kann man mit Glück Maya-Sachen finden. Man kann Sklette von den Mayas finden, wie hier unten. Man sieht hier diese deformierten Köpfe. Das haben also alle prähispanischen Kulturen in Lateinamerika gerne gemacht, dass sie eben halt die Köpfe entwickelt haben und eben halt offensichtlich diesem Schönheitsideal zufolge dann so längere Köpfe bevorzugten. Aber man findet eben halt auch Keramik und eben halt andere Dinge mehr. Das findet man aber eben halt nur in der Nähe zu diesen Öffnungen, den Zenoten, also Sinkhols, Dolinen. Und in der Stelle, wo die Frau Joannek nicht ins Wasser wollte, da gibt es zum Beispiel ganz in der Nähe diesen kleinen Altar, der heute im Wasser steht, aber sicherlich, dass vor 2000 Jahren, oder weniger als 1500 Jahren, als die Maya den da hingesetzt haben, noch trocken stand. Man kann eben sehen, dass der Wasserspiegel in diesen Höhlen also leicht fluktuiert. So, was gab es denn in der Gegend vor den Maya? Da muss man einfach sagen, man weiß es nicht. Es gibt also sehr, sehr wenige Funde. Und Sie sehen, bei vielen dieser Funde sind die Spannbreiten enorm lang. Das kann 11.000 Jahre sein hier in Guatemala oder eben halt auch nur knapp 5000 Jahre. Es gibt einfach zu wenige Untersuchungen da. Aber Sie sehen hier oben aus dem Norden der Yucatan-Halbinsel gibt es eigentlich so gut wie gar nichts. Und die Daten, die weiter unten hier in Belize oder eben in Guatemala vorhanden sind, die sind alles andere als gesichert. Aber es hat sicherlich etwas gegeben, schon auf Yucatan vor den Maya. Und darüber wollen wir heute reden. Und wir müssen ja sehen, wie die Menschen damals auf den amerikanischen Kontinent gekommen sind. Wir wissen halt, dass die Besiedlung Amerikas schon vor über 10.000 Jahren stattgefunden hat, aber dass trotzdem Amerika der letzte Kontinent ist, der von den Menschen besiedelt wurde. Es gab bis vor ein paar Jahren das Dogma, dass die Menschen dort hingekommen sind über die Beringstraße vor maximal 12.500 Jahren. Das ist die Clovis-First-Theorie, die darauf beruht, dass man diese Speerspitzen gefunden hat in Nordamerika, also dem Bereich von Nordamerika, der damals nicht von Eis bedeckt gewesen ist. Und diese Speerspitzen, die sind datiert worden, oder auch bei assoziierten Knochen sind datiert worden, auf ungefähr 12.500 Jahre oder etwas jünger. Aber vor allen Dingen war das Dogma, dass eben halt nur die Besiedlung über die Beringstraße möglich gewesen wäre, weil damals, vor 12.500 Jahren, das Eis, was während der letzten Glacialperiode Kanada und die nördlichen USA bedeckte, weil das damals zurückwich und hier einen Weg freiließ. Und das wäre eben halt die erste Möglichkeit zu einer Besiedlung gewesen. Und man nahm also an, dass diese Clovis-Menschen dann bis Nordamerika gedrungen sind und dann in Nordamerika die einheimische Tierwelt dezimiert hätten. Das ist die Overkill-Theorie von Martin, die das schon in den 70er Jahren formuliert hat und die eigentlich so die gängige Lehrmeinung gab, gegen die man nicht anstinken konnte, bis vor ein paar Jahren. Da war ich auf einer Tagung in Santa Fe und da gab es so viele Vorträge, die davon ausgingen, dass es eine frühere Besiedlung gab, das sieht man hier 14.000 Jahre, hier 15.000 Jahre. Das sind mittlerweile relativ gesicherte Daten. Und da ging man eben halt davon aus, dass eben halt trotzdem andere Möglichkeiten existiert haben müssten. Und das wäre halt dann in diesem Fall nicht auf diesem Weg, sondern möglicherweise dann entlang des Pazifiks. Und wenn man dann annimmt, dass diese Menschen dann vielleicht auf Booten gekommen sind, Flößen und dann an der Eiskante entlang kamen, dann hätten sie eben Frischwasser gehabt durch die Gletscher und sie hätten die Möglichkeit zum Angeln gehabt oder eben halt sich Seashells zu holen, Schnecken, Muscheln, die an dem Tank festgeklebt sind, die es da überall gab und auch heute noch gibt und sie hätten dann auf diesen Weg kommen können. Das ist also jetzt bedingt durch die sichere Erkenntnis, dass es Fundstellen in Amerika gibt, die älter sind als Clovis. Und wenn man das weiß, dann ist jetzt für diese Besiedlung eigentlich jeglicher Spielraum gegeben. Man ist nicht mehr an diese 12.500 Jahre gebunden. Also dieser Coastal Migration Weg oder diese Hypothesis, die nimmt jetzt einen größeren Raum ein. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass diese Menschen sogar von Europa gekommen sind, weil nämlich diese Clovis-Speerspitzen sehr ähnlich aussehen wie diese Solothrian-Projektile oder Speerspitzen, die man aus Frankreich kennt oder eben halt aus Spanien. Diese Kultur ist allerdings deutlich älter und dann muss man also mindestens von der Besiedlung von vor 20.000 Jahren ausgehen. So, also mittlerweile kennt man hier zum Beispiel aus der Paisley Caves in Oregon, kennt man hier versteinerten Kot oder eigentlich ist es nicht versteinert, also wahrscheinlich immer noch weich. Und man kann organisches Material rausholen. Man kann also DNA daraus gewinnen und man kann eben halt aus diesem organischen Material auch das Alter ganz gut ermitteln, sodass dieser Wert hier von 14.000 Jahren ziemlich sicher ist. Dann kennt man hier aus Monte Verde ebenfalls Alter von Siedlungen, die ungefähr in demselben Zeitraum liegen. Und ich nehme an, ein Teil von Ihnen ist letzte Woche bei dem Vortrag von Markus Reindl gewesen, der ja hier über die Sierra de Capivara in Brasilien vorgetragen hat. Und da gibt es mittlerweile ja die Hypothese, dass Menschen dort schon vor 20.000 oder sogar vor 30.000 Jahren gelebt haben könnten. Also mittlerweile ist alles offen und mittlerweile ist auch sogar offen, ob man diese Menschen nicht vielleicht von Afrika gekommen sind oder von Australien auf nach Amerika gelangt sind. Also momentan sind wir wieder in so einem Zeitraum, wo jegliche Hypothese möglich ist. So, was ich aber zeigen möchte, das sind unsere Daten hier aus Yucatan, da wo dieser Stahl, der Pfeil, der Stern ist. Das da oben, da läge Cancun, hier unten, so auf dieser Höhe, da läge Tulum. Das ist also die Riviera Maya. Und das ist so die Region, über die ich jetzt im Weiteren berichten möchte. Man sieht schon mal, die Geologie von Yucatan ist in diesem Bereich außerordentlich einfach. Das ist eine Layered Cake-Geologie. Die Schichten, die liegen horizontal. Und das sind Kalke, die bis in die Kreidezeit runterreichen. Also insgesamt, wenn man da bohren möchte, und da gibt es ja den berühmten Chicxulub-Krater bei Merida, wenn man da bohrt, oder in dieser Gegend bohrt, dann würde man bis zu drei Kilometern Kalk antreffen. Und diese Geologie, die man da hat, die führt dazu, dass eben die Oberfläche von Yucatan in weiten Bereichen eben ist. Und wenn man schon mal in Cancun landet, dann stellt man fest, das ist alles von Urwald bedeckt. Man hat einen flachen Urwald, der sich bis zum Horizont erstreckt. Und ab und zu guckt dann eben halt eine solche Maya-Pyramide daraus, die aus den Kalken aufgebaut ist. Aber hier drunter, da liegen Höhlen. Und ab und zu hat man solche Einbruchstellen. Und da können eben halt die Bäume bis eben halt hier runter kommen und dort unten wurzeln. Geht man jetzt bis in das letzte Glacial zurück, sagen wir mal jetzt 15.000 Jahre oder 20.000 Jahre, dann stellt man fest, dass Yucatan damals sehr viel größer gewesen ist als heute. Und das liegt daran, dass eben halt das Eis oder das Wasser der Ozeane in den Eismassen gefangen waren. Der Meeresspiegel sank dadurch ab und eben halt Yucatan oder eben halt hier auf Florida, auf der Golfseite, waren beträchtlich größer als heute. Dieses Niveau des Meeresspiegels, das lag also damals mindestens 100 Meter, möglicherweise auch bis zu 150 Meter tiefer als heute. Und das führte eben halt dazu, dass eben bis in eine solche Tiefe von 100 bis 150 Metern diese ganze Kalkregion vercasten konnte. Das hätte also so ausgesehen und eben halt nachdem die Eismassen dann abschmolzen, stieg der Meeresspiegel an auf dieses heutige Niveau. Und Cancun und Plei de Carmen oder so sind gerade mal 4, 5 Meter über dem heutigen Meeresspiegel. Und das, was vorher als Höhlen vorhanden war, ist also jetzt vom Wasser bedeckt. Also wir haben hier ein Unterwasser-Höhlensystem, was seinesgleichen sucht. Ich habe hier mal ein Bild, das wäre von der Gegend von Tulum. Eigentlich wäre in diese Richtung, nach rechts rüber wäre Norden, man müsste das also noch um 90 Grad kippen. Aber mit diesen Farben hier, das Rot kommt jetzt nicht in dem Grün nicht so schön raus, aber man sieht hier diese gelblichen Farben oder hier diese hellblauen Farben. Ich bin ein bisschen farbenblind, wenn das jetzt nicht so stimmt. Das sind die größten Höhlen-Systeme der Welt. Und ich nehme an, Sie haben alle in den Zeitungen gelesen, in der vergangenen Woche, dass man diese beiden Höhlen-Systeme mittlerweile zu einem großen Höhlen-System vereinigen konnte. Dieses neue Höhlen-System hat eine bekannte Länge von über 350 Kilometern, aber das waren schon vorher das zweit- und drittgrößte Höhlen-System der Welt. Man kann sich also vorstellen, dass es da große Höhlen gibt in dieser Gegend und so ein paar Kilometer-Angaben sind hier oben ja noch aufgeführt. Insgesamt schätzt man, dass dieses Höhlen-System eine Länge hat in Quintana-Roe allein von etwa 7000 Kilometern. Und von diesen 7000 Kilometern sind gerade mal 1000 Kilometer exploriert. Das meiste kennt man noch gar nicht. Wenn man sich jetzt mit der Eiszeit beschäftigen will oder Fossilien sucht, dann kann man das nicht an der Oberfläche machen. An der Oberfläche von Yucatan, da gibt es einen Urwald und es gibt keinerlei Böden. Wenn Kalk verwittert, dann bleibt eigentlich außer einer Eisenoxid-Kruste nicht viel mehr über. Aber wenn man jetzt nach Fossilien sucht, dann muss man in diese Höhlen gehen und nach Tieren suchen, die damals in diese Höhlen eingedrungen sind und nicht mehr rauskamen oder die in diese Höhlen reingefallen sind. Und wenn man das macht, dann kann man belohnt werden mit hervorragenden Geoarchiven, was die Umwelt angeht, Paläontologie angeht und Paläoanthropologie angeht. Was die Umwelt angeht, ich will da jetzt nicht an große Details gehen, ich will nur zeigen, dass wir da zum Beispiel Tropfsteine sammeln. Wenn man diese Tropfsteine altersdatiert, das kann man machen über Uranium-Thorium-Messmethoden. Dann kann man sehr genau eben halt Alter ermitteln, zum Beispiel dieser Tropfstein auf der rechten Seite, der hat begonnen zu wachsen vor 20.000 Jahren. Dann gab es hier in diesem Bereich so eine Wachstumsunterbrechung und man hat dann einen Sprung ab hier, wäre man dann etwa bei 14.000 Jahren und hier oben die Spitze liegt bei 9.500 Jahren. Und dann kann man hingehen und dann wirklich Schicht für Schicht oder Lamina pro Lamina die Isotopen, die stabilen Isotopen analysieren vom Sauerstoff und die geben einem Hinweise auf die Temperaturverhältnisse in dieser Höhle zur damaligen Zeit. Man kann also Temperaturkurven und Feuchtigkeitskurven ermitteln anhand dieser Tropfsteine. Und weil diese Tropfsteine alle aus Höhlen stammen, die mit dem Meer in Verbindung stehen, kann man auch erkennen, wann diese Höhlen geflutet wurden. Und zwar dadurch, dass Tropfsteine natürlich nur in einer trockenen Höhle wachsen. In dem Moment, wo sie vom Wasser überflutet werden, hört das Wachstum auf. Und wenn man jetzt diese Spitzen hier datiert, dann weiß man eben halt, dass zum Beispiel, na verdammt, in einer Tiefe, wo dieser Tropfstein jetzt herkam von 15 Meter, dass eben, Entschuldigung, mit der Technik stehe ich immer in Kriegsfuß, dass da eben halt diese Überflutung auf jeden Fall vor 9.500 Jahren noch nicht stattgefunden hat, sondern die muss später erfolgt sein. Und wenn man das eben systematisch macht, für Tropfsteinspitzen aus diesen gesamten Höhlen und aus unterschiedlichen Tiefen, da kann man bestehende Kurven des Meeresspiegels eigentlich sehr, sehr gut datieren. Und dazu hilft dann auch diese einfache Geologie. So, aber jetzt viel naheliegender, wir haben auch viele eiszeitliche Tiere dort gefunden, und zwar in all diesen Punkten, die entweder grün oder gelb markiert sind. Das sind also viele und das sind zum Teil auch ganz eindrucksvolle Funde. Hier zum Beispiel sieht man den Stoßzahn eines solchen Elefanten aus der Gruppe der Mastodons, hier in diesem Fall wäre das Stegomastodon. Das kann man erkennen dadurch, dass hier die Oberflächenornamentation gerieft ist und sich dann so korkenzieherartig entlang des Stoßzahnes verändert. Und hier sieht man, das ist also nicht nur der Stoßzahn, sondern hier zum Beispiel, das ist ein Bein, was hier noch am Becken dran liegt. Da liegen also zum Teil fast vollständige Elefanten rum. Also dieses Tier ist sicherlich da eingebrochen und runtergefallen. Was wir sehr viel gefunden haben, das sind die Knochen von riesen Faultieren. Faultiere kennen wir heute als diese niedlichen Burschen, die in den Bäumen hängen. Die Faultiere der Eiszeit, die es also in Nord- und Südamerika gegeben hat, das waren zum Teil Tiere, die sechs Meter oder sieben Meter groß waren. Diese Krallen, die man hier sieht, die haben, also bei diesem Tier, hätten die eine Länge, die ungefähr bei 30 Zentimeter lag. Also diese Velociraptorenkrallen, die wir alle aus dem Fernsehen kennen, aus den Kinofilmen, die wären da nichts gegen. Trotzdem waren das sicherlich gemütliche Burschen, so wie die heutigen Tiere. Das erste Faultier, was wir davon beschrieben haben, das war direkt eine neue Art und eine neue Gattung. Was irgendwie verwunderlich ist, weil man denkt, Yucatan befindet sich auf diesem Korridor zwischen Nordamerika und Südamerika. Aber hier direkt ein Faultier, was sich deutlich unterschied von allem, was man sonst so aus der Gegend kennt. Man sieht hier zum Beispiel dieses Faultier, das haben wir gefunden in einer Wassertiefe von über 50 Meter. Also da braucht man schon spezielle Gemische, um darunter zu tauchen. Hier sieht man ein anderes Riesenfaultier, ein vollständiges, auch artikuliertes Skelett, und da ist ein Tropfstein reingewachsen. Wenn man jetzt diesen Tropfstein datiert, hätte man zumindest ein Minimalalter dieses Faultiers. Aber es gibt eine ganze Reihe von solchen Plätzen mit den Knoten von Faultieren in der Gegend. Nächstes wäre hier ein Glyptodon. Da haben wir zwar nur wenige von diesen Panzerplatten von, aber man sieht ja schon, die sind sehr charakteristisch. Das kann gar nichts anderes sein. Also diese riesen Glyptodontiden, also Gürteltierverwandte, wie man Armadillos, wie man sie heute aus Nordamerika und aus Südamerika kennt, gab es da auch. Bären gibt es heute in der Gegend nicht mehr. Damals gab es einen Bär, der größer war als der Grizzly, der kurzschneuzige Bär. Und hier zum Beispiel ein schöner Kopf davon. Und es gab Großkatzen. Unter anderem konnten wir jetzt anhand dieses Knochen feststellen, dass wir hier Smilodon haben. Allerdings ist es wahrscheinlich nicht Fatalis, sondern auch wieder eine neue Art. Es ist also deutlich größer als dieser Smilodon Fatalis, Säbelzahnkatze. Und unterscheidet sich auch von dem amerikanischen Löwen, den es damals gab. Ein weiteres hier, was wir uns angeschaut haben, waren Pekaris. Und bei diesem Pekaris haben wir ebenfalls eine Arbeit gemacht und, höre und staune, ebenfalls wieder eine neue Gattung, neue Art. Also die ersten Tiere, die wir uns überhaupt angesehen haben, unterscheiden sich deutlich von den Tieren, die gleichzeitig im Rest von Mexiko gelebt haben. Was, ich finde, erstaunlich ist. Und mittlerweile haben wir jetzt schon nach wenigen Jahren alle diese Tiere hier nachweisen können. Es gab mehrere Pferde, es gab Lama-Verwandte, Hemia, Aushenia. Es gab Wölfe dabei, diese Katzen, verschiedene Riesenfaultiere und eben halt die Elefanten. können wir das gleich machen? Viele dieser Knochen zeigen Bearbeitungsspuren, also solche Ritzmarken, so wie wir das hier sehen. Das wäre hier ein Tapir, aber hier zum Beispiel, das ist ein Ilium von einem Pferd. Dann sieht man hier diese Markierungen drauf, hier sind ebenfalls solche Kratzspuren. Und da ist es halt interessant zu wissen, dass zwar die Pferde eine 50 Millionen Jahre lange Geschichte auf dem amerikanischen Kontinent haben, aber am Ende der letzten Eiszeit, vor ungefähr 11.000 Jahren, sind sie dort ausgestorben. Und es waren erst die Spanier, die sie dann vor 500 Jahren wieder mit zurückgebracht haben. Wenn also hier Ritzspuren von Menschen drauf sind, auf solchen Pferdeknochen, bedeutet das, dass diese Pferde älter sein müssen als ihr Aussterbedatum vor 11.000 Jahren. Und dass damals schon Menschen dort gelebt haben müssen. Ein indirekter Hinweis, aber ich finde ein ganz interessanter. Übrigens, in diesem Zusammenhang, als die Spanier dann rübergekommen sind, sind ein paar von ihren Pferden entlaufen. Aus diesen Pferden haben sich dann die Mustangs entwickelt. Also das, was wir alle aus Karl-May-Büchern her kennen, die Mustang-Herden und Winnetou und Olchetta-Händner auf ihren Pferden, das ist eigentlich nicht typisch für die amerikanische indigene Geschichte, sondern eigentlich eine ganz, ganz junge Sache, die vor 500 Jahren begonnen hat. So, dann gibt es in einigen dieser Höhlen Holzkohle. Hier ein paar Punkte in einer Höhle mal reingemalt. Und ich möchte hier einfach diese Stelle hier mal zeigen, so als typisch. Das ist ein großer Block, der irgendwann mal vom Höhlendach runtergefallen ist. Und hier sieht man eine dunkle Stelle, die hier eben halt nochmal rausvergrößert ist. Und da sieht man, da ist Holzkohle drin und es ist eben halt auch noch ein verbranntes Stück Holz drin. Und wir haben beides datiert. Von unterschiedlichen Laboren kamen dann ähnliche Werte raus, die zeigen, dass eben halt diese Holzkohle in diese Stelle gekommen ist vor 9000 bis 9500 Jahren. Und wenn sowas in einem Block liegt, ungefähr einen Meter, einen knappen Meter über dem Höhlenboden und dann nur hier drin liegt, dann ist es mir schwer, irgendwas anderes mir vorzustellen, als dass da Menschen Feuer gemacht haben. So, an einer Stelle, und zwar an dieser hier, an der tiefsten Stelle der Höhle, da haben wir eine solche Feuerstelle gefunden, in der Knochen, verbrannte Knochen, wir gefunden haben von einem Lama-Verwandten, Hemi Auchenia. Ein Tier, was ebenfalls vor etwa 12.000 Jahren auf dem amerikanischen Kontinent ausgestorben sein soll. Und wenn das so ist und wirklich Menschen dort gearbeitet haben, dann hätten wir hier auch ein interessantes Ergebnis, denn dieses BC, das ist vor Christus, wenn man also die 2000 Jahre noch draufrechnet, wären wir bei 10.000 Jahren, das wäre also dann sicherlich eines der letzten dieser Tiere vom amerikanischen Kontinent. Insofern auch ganz interessant. In einer der Höhlen bei Tulum, da haben wir eine ganze Reihe von solchen Holzkohle-Konzentrationen auffinden können. Und hier sieht man mal eine, das wäre der Bereich, der also nicht nur so hell angeleuchtet ist, sondern das ist also wirklich feine Asche. Der Boden ist geschwärzt, da ist also die Hitze und die Asche in den Boden eingedrungen. Das ist also eine ziemlich sichere Feuerstelle und da finden sich eben auch ein paar Steine, mit denen das möglicherweise drapiert wurde. Und in dieser Höhle haben wir also eine ganze Reihe von diesen Fundstellen, also mit Holzkohle-Konzentrationen, da sieht man mal ein paar andere. Und hier jetzt noch mal die entsprechenden Altersdaten dazu. Das sind auch wieder BC, also Before Christ Alter. Sie müssen überall noch 2000 Jahre dazu rechnen. Und dann sind wir dann hier bei 9000 Jahren etwa. Und das wäre so das Jüngste, das läge vor 7000 Jahren vor heute, wo Menschen diese Höhle halt aufgesucht haben. Übrigens, dieses Alter von 7000 Jahren, das ist dann überhaupt die letzte Evidenz von Menschen in dieser Gegend von Tulum, und zwar für 4000 Jahre bis hin zu der ersten Maya-Besiedlung. Und danach haben wir einfach keine Alter mehr oder keine Holzkohle-Alter, weil dann der Meeresspiegelstand ungefähr auf dem heutigen Niveau angekommen ist. So, aber das Schönste zuletzt, wir haben auch Funde des Menschen gemacht, an verschiedenen Stellen. Das ist also das Nacharon-Skelett, sieht man also relativ komplett. Eine Datierung, die gemacht wurde, über sehr wenig C14, also Radiocarbon, datiert, aber eben halt, weil diese Skelette über Tausende von Jahren im Wasser gelegen haben, ist das meiste Kollagen aus diesen Knochen rausgewaschen worden. Also diese C14-Datierung, die sind alle mit großer Vorsicht zu nehmen. Aber wir haben sie zumindest. Nächstes Skelett, ich will nur einfach zeigen, dass das eben weit vom Eingang entfernt ist, nämlich hier in diesem Fall 180 Meter, in einer der entlegensten Stellen dieser Höhle, haben wir das hier gefunden. Also auch ein artikulierter Mensch. Und man sieht, dass eben halt diese Artikulation noch sehr gut zu erkennen ist. Das wäre auch der Hüftbereich. Ein Bein ausgestreckt, das andere irgendwie so angewinkelt. Was dem Menschen dazugestoßen ist, können wir nicht sagen. Aber das ist sicherlich keine Beerdigung oder sowas, sondern der ist hier einfach zu Tode gekommen. Auch dieses Skelett, ziemlich komplett. Man muss ja immer überlegen, dass man da Sachen übersehen kann, trotz wiederholter Tauchgänge. Das bedeutet aber, dass hier kein Leichnam hingeschwemmt wurde über Strömungen in der Höhle, sondern dieser Mensch muss in diese Höhle geraten sein, als diese Höhle noch trocken war und nicht vom Wasser bedeckt. Und wenn man jetzt weiß, dass dieser Bereich der Höhle schon vor 8.000, 9.000 Jahren vollgelaufen ist, ist es klar, auch dieses Skelett muss älter sein. Chan-Hol, da hatte ich eben schon diese Holzkohle-Konzentration von gezeigt. Da haben wir mehrere Skelette. Das ist eins. Und da sieht man hier, sind die Beine angewinkelt. Aber wir wissen nicht, ob das eben halt, der sich einfach dahin gelegt hat oder beerdigt wurde. Sieht eigentlich nach dem Platz nicht danach aus. Aber man kann sehen, dass auch dieses Skelett hier reinkam, oder nicht das Skelett, also dieses Individuum in die Höhle kam, als eben halt die Höhle noch trocken war. Der Mensch ist auch nicht da jetzt, oder er hatte noch Fleisch auf den Knochen, ja, und ist also da skelettiert. Das kann man hier an den Extremitäten sehen. Das sind also hier die Talsalknochen, also der Fußbereich ist noch vollständig artikuliert in diesem Fall. Auch hier wieder Alter, die in diesem Fall jetzt von dem Knochenapathit genommen wurden. Aber auch das ist keine hundertprozentig sichere Analyse. Wo wir uns allerdings relativ sicher sind, ist hier bei einem zweiten Skelett, das wir Chanhol II genannt haben. Sieht hier sehr schön den Schädel, das sind alles Knochen, auch hier Knochen. Und dieses Skelett, das haben wir 2012 entdeckt und zwei Wochen, nachdem diese Entdeckung gemacht wurde, hatte das einer auf Facebook gestellt und andere Leute sind da hingekommen und haben diese Knochen gestohlen. Können Sie sich das vorstellen? Das trotz, obwohl dieses Skelett jetzt mindestens 250 Meter vom nächstgelegenen Höhleneingang war. Es gibt also nur eine ganz kleine Gruppe von Höhlentauchern, die dazu überhaupt in der Lage sind, so etwas zu machen. Aber trotzdem ist das nicht wieder aufgetaucht. Es wurde alles gestohlen, was so an großen Knochen da war, der Kopf, die langen Knochen und so weiter. Aber es blieb noch der Kleinkram über. Das, was diese Leute nicht sofort gesehen haben, viele Zähne etwa, Fragmente der Rippen, Fußknöchelchen und so weiter, das war noch da. Und was uns hier besonders freut, dass dieser Knochen, den man hier sieht, dass der auch noch da war. Und das Interessante ist jetzt hier, dass dieser Knochen, das ist der Beckenknochen, dass der überwachsen wurde von einem Stalagmitten. Und das wissen Sie ja jetzt schon, das kann man datieren. Hier nochmal die Fundsituation, handelt sich also hier um diesen Knochen. Und den haben wir dann datiert. Aber warte, ich zeige noch gerade noch diesen kleinen Knochen, den wir da auch noch gefunden haben. Thema Idee, was das sein könnte. Das ist ein inneres Ohr, das Labyrinth. Das ist ein Knochen, der gerade mal zwei Millimeter groß ist. Schauen Sie mal hier, diese fantastische Erhaltung, die wir haben. Also nicht nur das Innenohr, sondern auch die Außerohrknöchelchen, zeige ich Ihnen gleich, sind da ebenfalls vorhanden. So, aber das ist das, was wir da gemacht haben. Wir haben also diesen Stalagmitten durchgeschnitten. Und was man hier unten sieht, diese Bereiche, das ist der Durchstoßbereich des Beckens. Also da können wir sagen, das ist die Höhe, wo eben halt dann dieser Knochen überwachsen wurde. Und man sieht eben, da ist Kalk darunter. Da ist offensichtlich dann Wasser unter diesen unregelmäßig geformten Beckenknochen gelaufen und hat sich dann eben halt darunter niedergeschlagen, beziehungsweise der Kalk hat sich dann niedergeschlagen. So, diese blauen Werte, die wir hier haben, die passen sehr schön untereinander. Also hier, da sind wir bei 9.900, das passt jetzt nicht so gut, 9.800, 10.400. Hier sind wir dann bei 11.200, 11.400 Jahren oder 11.377 für heute. Bis dahin ist es kein Problem. Und die Werte, die wir haben, die zeigen auch Uranium-Thorium-Verhältnisse an, von denen wir sicher sagen können, die sind brauchbar. Aber wenn man jetzt in die Nähe des Knochen kommt, da sieht man, da ist der Kalk sehr porös. Und wir haben zusätzlich noch diesen porösen Knochen. Knochen besteht ja aus der Compacta und darunter ist die Spongiosa, die Spongiöse ist. Das heißt, da kann Wasser eindringen und das kann Sauerstoff aus diesem Uranium-Thorium-System rausholen. Also die Werte um den Knochen herum, die sind zum Teil dann wieder jünger, aber eben, sie weisen darauf hin, dass die ursprünglichen Verhältnisse da verändert wurden. Also wir können sagen, dass hier vier Zentimeter oberhalb des Knochens wir schon bei 11.400 Jahren sind und man kann jetzt dann hochrechnen, wenn man ähnliche Wachstumsgeschwindigkeiten annimmt, wie alt der Knochen sein sollte. Und dann käme man auf 12.800 Jahren. Aber man kann natürlich auch die stabilen Isotope heranziehen. Und wenn man das macht, bekommt man eine Klimaentwicklung und eine solche Kurve, die man hier oben sieht. Also diese rote Kurve, das ist diejenige, die wir hier ermittelt haben aus diesem gesamten Stalagmiten. Und die haben wir jetzt verglichen mit ähnlichen Kurven oder von Kurven, die auch über Stalagmiten oder über andere Geoarchive ermittelt wurden, von anderen Bereichen in der weiteren Umgebung, also weitere Umgebung Nordamerika, nördliche Südamerika. Und wenn man das macht, dann kriegt man erstaunliche Übereinstimmungen. Und diese Übereinstimmungen, die kann man zusätzlich dann noch fixen mit den Uranium-Thorium-Datierungen, die wir ja vorher gewonnen haben. Und dann kommt man auf ein Alter, verdammt, dann kommt man auf ein Alter von etwa 13.000 Jahren. Also wir sind der festen Meinung, dass wir hier ein Skelett haben mit einem Alter von etwa 13.000 Jahren, Minimalalter. Das Skelett selber kann durchaus noch älter sein. Wenn es das so wäre, dann wäre das, sagen wir es mal sehr konservativ, eines der drei ältesten Skelette aus Amerika. Denn das osteologische Material, was man also von menschlichen Knochen her bekommt, das ist so wenig, dass eben halt da offensichtlich nichts Älteres da ist. Und die anderen beiden Alter, ich sagte eines der drei Alten, das andere, das war das Nacharon-Skelett, mit 13.000 Jahren radiometrisch gemessen. Und dann das dritte ist Naya, von so einer Konkurrenzgruppe, auch aus den Tulum-Höhlen und auch ungefähr bei 12.800 Jahren, aber auch radiometrisch gemessen und damit eben halt unsicher. Also denke ich schon, dass wir da ganz interessante Funde haben. So, weitere Funde, hier aus diesem Narachal-System, also auch ganz in der Nähe von Tulum, da kommt das Nacharon-Skelett her und ich möchte jetzt gerne diese beiden Skelette noch ganz kurz zeigen. Das wäre Las Palmas, 23 Meter Tiefe, sieht man hier 170 Meter zum Eingang. Und wieder haben wir bei diesem Skelett das innere Ohr erhalten und wieder haben wir hier das Mittelohr, also die zwei Mali und den Inkus haben wir gefunden. Also auch hier gibt es Skelette, die eben halt bis in diese feinsten Details dann komplett zu sein scheinen. Entschuldigung, also es tut mir leid, aber ich habe da große Schwierigkeiten. Dieses Las Palmas-Skelett zeigt wieder diese angewinkelten Beine und die sind sehr stark angewinkelt in diesem Fall, sodass es eigentlich nicht aussieht, als wäre das natürlich zustande gekommen, sondern es ist durchaus möglich, wir können es allerdings nicht beweisen, es ist durchaus möglich, dass hier dieses Skelett eingewickelt gewesen ist. Und diese angehockte Haltung, das kennt man ja von jüngeren indigenen Kulturen in ganz Amerika. Also durchaus möglich, dass wir hier das zum ersten Mal bei diesem Skelett von etwa 9000 Jahre Alter haben. Mucknall, nochmal das Höhlensystem, auch hier wieder die Nähe bei Tulum. Und ich jag jetzt einfach mal diese Bilder durch, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir jetzt haben. Ja, das ist ja wunderbar, dann komme ich einigermaßen hin. Sieht man hier den Höhleneingang, dann kommt man irgendwann hier zu diesem Las Palmaskelett und dann geht es aber nochmal tiefer runter, also das wäre jetzt Ost-West-Richtung und dieser Kanal, der dann diagonal bis auf 35 Meter runter geht, der wäre dann nach Norden gerichtet. Also insofern, das wäre jetzt dieser Kanal nochmal ein bisschen näher rausgezeichnet. und hier jetzt mal ein paar Bilder, einfach damit wir mal so einen Eindruck kriegen, wie das im Inneren wirklich aussieht. Jetzt hier der Stern, das wäre also noch in diesem horizontalen Bereich, so ungefähr 22, 23 Meter Wassertiefe. Und dann kommt man hier an diesen Kanal, der dann runter geht, der dann auch deutlich niedriger ist. und das wäre eben halt schon ziemlich weit runter bis zu einer Stelle, und zwar dieser hier, die hoffentlich jetzt kommt. und da sieht man an der Höhlenwand diesen vertikal stehenden Unterkiefer unseres Pekaris, den ich eben schon mal gezeigt habe. Und diese vertikale Position, das ist etwas, was eben halt verwunderlich ist, keine stabile Position, ja, und sicherlich nichts, was durch Wasserströmungen verursacht wird, und wir vermuten, dass dieser Pekari hier hingestellt wurde. Und wenn man sich jetzt diesen Unterkiefer noch mal genauer anschaut, dann stellt man fest, da sind eine ganze Reihe von Ritzmarken drauf, die auch ein solches Händeln durch Menschen anzeigen wurden. Das war ja eine neue Gattung, neue Art, eines Pleistozänen, ja, Wildschweines, Pekaris halt. Tiere, die ausgestorben sind, am Ende der Eiszeit. Wenn das also wirklich jetzt vom Menschen bearbeitet ist, ist wahrscheinlich dieser Mensch älter als das Ende der Eiszeit. Und wir haben einen Menschen ein paar Meter entfernt. Hier sieht man den Schädel, hier sind so zwei langen Knochen und hier sind weitere Knochen. Ganz am Ende, am tiefsten Punkt, entlegensten Punkt dieser Höhle. sehr viel Holzkohle, teilweise Holzkohle, die bis zu 30, 40 Zentimeter in die Tiefe reicht, die auch eben so ein Alter anzeigt von über 10.000 Jahre, 11.000 Jahre, muss aber da vorsichtig sein, weil diese Holzkohle natürlich in diesen tiefen Bereich da auch reingeschwemmt worden sein kann. So, aber interessant ist, dass dieses Sklett, das Einzige von den Skletten, die ich Ihnen so gezeigt habe, nicht vollständig ist, sondern wir haben hier nur langen Knochen und wir haben den Kopf und den Unterkiefer. Mehr ist davon nicht da. Das sind diese langen Knochen und hier eben der Kopf und die Holzkohle datieren sieht man hier unten. Und jetzt, wenn wir uns diesen Schädel näher anschauen, stellt man fest, das ist schon eine alte Person gewesen, der hatte kaum noch Zähne, man sieht hier, dass eben halt die Kiefer eben halt noch nicht mal mehr so die Wurzelbereiche aufzeigt, sondern es ist alles resorbiert und das, was an Zähnen noch da ist, das zeigt Karies bis auf die Wurzeln runter. Also das ist ein Mann gewesen, haben wir ermittelt und wir haben das Alter so auf 40 bis 45 Jahre ermittelt. Also das war schon ein älterer Herr, sagen wir es mal so. Ich darf das ja ruhig sagen, ich bin deutlich drüber. So, was aber interessant ist, ist auch, dass wir eben halt nur diese paar Knochen haben. Wir haben aber keinen Hinweis, dass diese Knochen durch Wasser dahin transportiert worden sind und wir haben die Knochen genau untersucht und sind auch nirgendwo Ritzmarken, die jetzt durch Tiere verursacht worden sind. Hier besteht also die Möglichkeit, dass es sich um eine sekundäre Bestattung gehandelt hat. Das kennt man auch heute noch von heutigen Naturvölkern, dass sie ihre Toten irgendwo ablegen dann verwest das Fleisch und wenn eben halt die Knochen freiliegen, werden sie wieder eingesammelt und irgendwo anders hin transportiert. Also hier gibt es die Möglichkeit, dass es sich um eine solche sekundäre Bestattung handelt. Okay, das sind unsere Skelette, die wir also bislang haben. Sie sehen, also das ist eine ganze Menge. Das ist viel. Und wenn man es eben vergleicht mit dem, was es so sonst so gibt, ist es sicherlich die umfangreichste Knochensammlung von Skeletten mit diesem Alter in Mexiko. Aber auch eine der umfangreichsten, wenn nicht die umfangreichste, in ganz Amerika mit solchen Alter von 8000 Jahren und mehr. Und das in einem Zeitraum, wo wir als kleines Team mit zwei Grabungskampagnen im Jahr und nicht kontinuierlicher Unterstützung jetzt durch Förderorganisationen hier tätig waren. Überlegen Sie sich mal, wenn man da jetzt groß einsteigen würde, was könnte man da finden und welche Aussagen kann man treffen über den Ursprung dieser Menschen in Yucatan. Das ist etwas, was unser mexikanischer Kollege Alejandro Terrasas macht, der sich eben halt die Morphometrie, die Kraniometrie dieser Knochen anschaut. Und wenn man das eben macht, dann stellt man fest, das wäre eigentlich unser Knallskelett, was ich gerade gezeigt habe. Und das vergleicht jetzt mit den Paläoamerikanern, die man aus Nordamerika kennt, oder eben halt mit den Amerindianern, die eben halt in die heutigen indigenen Bevölkerung übergeht, dann stellt man fest, da sind deutliche Unterschiede da. Also hier bei diesen Paläoamerikanern, die haben eine Stirn, die ist viel höher, diese ist hier sehr viel niedriger. Das sind auch schmale Schädel, die anderen sind sehr wesentlich breiter. Auch hier dieser Bereich der Augenwülste und Umgebung sieht ganz anders aus. Also diese Menschen, die wir hier in Yucatan haben, die unterscheiden sich sehr deutlich von dem, was man bislang so an Schädeldiversität vom amerikanischen Kontinent, von den Skeletten dieses Alters her kennt. Das heißt also, wir haben schon mal ganz sicher hier eine geografische Isolierung gehabt, dieser kleinen Menschengruppe, die wir da in den Höhlen haben, nachweisen können, die da eine eigene Mikroevolution mitgemacht haben. Und das zeigt eben halt, dass die Diversität dieser Menschen auf dem amerikanischen Kontinent damals schon wesentlich höher gewesen sein muss, als das, was man bislang so kennt. So, ich möchte aber jetzt, bevor ich dann wirklich auch zum Schluss komme, noch zeigen, wie es weitergehen könnte. Das hier ist ein neuer Fund. Das ist gerade mal ein paar Monate her, dass wir ein drittes Skelett in Chan-Hol gefunden haben. Hier sieht man es noch in der Höhle. Mittlerweile haben wir es schon geborgen, aber noch keinerlei Untersuchungen dran gemacht. Das ist ein weiteres Skelett aus der Las Palmas-Höhle. Also, wir haben schon wieder zwei neue. Ein drittes neues, auch altes Skelett wurde uns gerade mitgeteilt, dass befreundete Höhlentaucher das aufgetan haben. Also, das muss dann dringend geborgen werden, bevor es dann wieder einer stiehlt. Okay, wir haben also hier in diesem Fall eine Besiedlung. Diese Sterne sollen unsere Skelette anzeigen. Ich habe jetzt nur mal zwei Sterne, der zweite sollte irgendwie auftauchen, hier reingesetzt. Ja, genau, da haben wir ihn ja. Mit Altern von 10.000 bis 13.000 Jahren. Also hier so als Beispiel der Mugnalmann. Dann habe ich diese Holzkohle gezeigt. Die Alter hat von 10.000 Jahren bis ungefähr 7.000 Jahren. Und danach tut sich eine Lücke auf, zumindest für Nordost-Yukatan. Und da gibt es keinerlei Nachweise für eine Besiedlung zwischen 7.000 Jahren und 2.000 Jahren vor heute. 2.000 Jahre vor heute, das wären eben die Maya. Das ist jetzt die Frage, nach 7.000 Jahren haben die sich verborgen, haben wir bislang noch einfach nichts gefunden oder sind sie aus dem Urwald rausgegangen, den es damals da schon gegeben haben muss. Ist dann Yukatan neu besiedelt worden, diese Gegend durch die Maya oder ihre Vorfahren, die Olmeken. Und da können vielleicht neue, weitere Funde, die wir jetzt in den letzten paar Monaten gemacht haben, könnten da weiterhelfen. Denn hier auch bei Tulum, da haben wir jetzt eine Stelle gefunden, wo wir zwei radiometrische Altersdatierungen gemacht haben und beide zeigten übereinstimmend 3.500 Jahre vor heute. Also 1.500 Jahre vor Christus und damit eben halt mehr, deutlich mehr als 1.000 Jahre vor diesen 2.000 Jahren, die ich gerade genannt habe. Also wir können, glaube ich, diese Lücke weiter schließen. Und dann möchte ich gerne noch ein paar Bilder zeigen aus einer typischen Maya-Höhle. Und da war jetzt gerade am vergangenen Wochenende, da war ein mexikanischer Kollege da, der hat mir Bilder gezeigt und die will ich Ihnen nicht vorenthalten, weil ich sie finde, ganz spektakulär finde. Aber erst hier diese Chupon-Höhle mit diesen beiden Altersdatierungen, die wir haben. Und in Chupon, da wissen wir schon, nur zweimal da reingetaucht, oder meine Kollegen sind da reingetaucht, wir wissen schon, dass da 13 Skelette rumliegen, die keiner bisher analysiert hat. Wenn wir Altersdaten kriegen, kriegen wir auch DNA-Daten. Und da wissen wir, sind es Maya oder sind es Olmeken oder ist es noch was anderes. Also das, denke ich mir, das wird eine richtig spannende Sache. Und das sind ein paar Bilder jetzt von dieser Estreya-Höhle, die ist in der Gegend von Kuba, für diejenigen, die sich da auskennen. Und in dieser Höhle, die direkt unter einem Dorf liegt, also auch sehr, sehr stark bedroht ist, dass da Leute reingehen. Da sind also schon zwölf, glaube ich, zumindest teilartikulierte Skelette von Maya drin. Das ist eine Trockenhöhle, was uns ganz andere Untersuchungsmethoden erlauben würde. Wir haben schon gesehen, auf ein paar dieser Bilder, dass Schädeldeformation vorhanden ist. Also das ist richtig interessant. Und was man hier auf diesem Bild sieht, das ist hier so ein Unterkiefer, hier ist so ein Stück Wirbelsäule, hier, das ist ein Humerus. An einer Stelle sind auf jeden Fall mindestens fünf Skelette, überwiegend artikuliert. Und an fünf anderen Stellen sind Einzelskelette, die wir nur gefunden haben, oder dieser Kollege gefunden hat, auf einem einzigen Besuch. Und diese Höhle ist also ziemlich ausgedehnt. Dann sieht man, hier ist diese Höhle von den Mayas kompartimentiert worden. Die haben so kleine Mäuerchen aufgerichtet und da so Öffnungen reingemacht. Und hier unten sieht man, es ist Keramik drin. Einfache Keramik, aber sie ist auf jeden Fall vorhanden. Das nächste Bild zeigt Wandmalereien. Und zwar hier oben, also das könnte so einer dieser Spinnenaffen sein, die in dieser Gegend wohnen, aber hier unten zum Beispiel, da sieht man so einen Handabdruck, und dieser Handabdruck, der ist übersintert worden. Es zeigt also, dass er schon älteren Datums ist, und Sinter kann man wieder datieren. Das ist also auch eine ganz interessante Sache. Und dann, was ich persönlich jetzt besonders spannend finde, ist sowas. Hier sieht man die Speiche etwa und einen Stalagmiten, der da drauf gewachsen ist. Auf einem Skelett aus der klassischen Maya-Zeit, also im Alter von mehr als 1200 Jahren. Und der Stalagmit ist danach drauf gewachsen, und das ermöglicht uns, es wieder Klimageschichte zu machen, für diesen Bereich der Yucatan-Halbinsel. Und zumindest in Zweien dieser kleinen Mäuerchen, da sieht man auch längere Stalagmiten, die auch noch gewachsen sind, nachdem die Maya dieses Mäuerchen aufgerichtet haben, und eben halt da Sediment hochgebaut haben. Und man sieht eben halt hier zum Beispiel, diese Spitze, die ist noch ganz hell, das ist nass, da hält das Wachstum bis an die heutige Zeit an. Also da denke ich mir, das ist jetzt keine Paläontologie mehr, aber da denke ich mir, da wird es sich auf jeden Fall lohnen, da auch weiterzumachen. So, und damit bin ich am Ende angekommen. Ich hoffe, ich habe Sie nicht allzu sehr gelangweilt und freue mich auf Fragen. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.